Herzlich Willkommen zurück meine Freunde in Chrono Trigger. Wir sind immer noch in dieser Eiszeit. Jetzt haben wir unseren Toten Daini verloren. Daini. Luigi als Fork wandelt erstmal Ruhelos durch die Pfaden. Okay, hier geht's weiter. Wir sind von einer gefährlichen Macht zu abhängig geworden. Not zu den Tag. Wie soll ich hier ohne Magie überleben? Du brauchst die Magie zum Überleben nicht, außerdem bist du nicht allein. Alles und jeder ist in den Tiefen versunken. Der Wolkendunst ist fort und der Sturm hat nachgelassen. Ob der lange Winter endlich vorüber ist? Muss ich in den Schlaf geweint haben, Plastin. Auch der Arme. Alle ausgeruht? Verbeugt euch und heuligt unserem neuen Herrscher, König Dorken. Oh nein. Jeder, was ist? Seid froh, dass ihr noch lebt. Die alte Tante und die nervtötenden Buru sind weg. Ab sofort ist dies das Totenreich. Ihr, ihr lebt? Das Schiff da draußen muss eures sein. Balthasar sah genauso aus. Ich habe beschlossen, dass sie dieses nette Spielzeug nicht verdient. Ab sofort ist es meine Edelkutsche. Wie bitte? Ihr müsst mit mir kommen. Ihr könntet sonst rebellieren oder so. Und nun nehmt als Zeichen meiner Wertschätzung... Dies! Was? Rrrr. Ha! Wie wär's damit? Rrrr. Hahaha! Genießt eine kleine Prise meiner wahren Macht! Hm? Wo wir sein? Unsere Ausrüstung ist weg. Alles weg? Für Maledites oder das Geld? Sparrow kämpfen, alles zurückholen, bösen Mann vernichten. Okay. Der neue König. Es geht aufwärts. Himmel. Himmel. Ein düster Vogel? Okay. Wind hier reinkommen. Was heißt, hier geht's weiter? Haben sie verdient. Ohne Waffen sind sie machtlos. Was wird tun, Luigi? Einen Plan ausdenken. Aha. Da unten. Sehen können. Ja, jetzt können wir sogar tatsächlich die... ...leute beobachten. Und jetzt müssen wir unsere Ausrüstung zurückholen. Hey, ihr da. Und einer ist die einzige, die kämpfen kann. Deswegen ist es das Schlauste, sie im Team zu haben. Aber wir kriegen auf jeden Fall... ...immer noch gut. Tech Points. Hallo! 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 Los, Spyro! Mach sie fertig! Aber das sind tatsächlich nur schwache Gegner. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Ich bin jetzt nicht zu dir. So, bin ich jetzt oben, was ich... Was hab mir geschlossen? Und jetzt bin ich dran? Das ist ein Ding, wie so. Ich bin dran. Ich bin dran, gerade zu sein. Das ist ein Ding. Klatscher! Und Beins! Boah! Aber die machen schon Schaden. Aber überleben nicht lange. Oh, das ist einfach nichts. Okay, hier ist einfach nichts. Hier ist eine Truhe. Und die müssen wir haben. Oh. Boah! Da sind wir tatsächlich Game Over gegangen. Ah, hoffentlich finde ich jetzt diese Türe nochmal. Sie Epo verändern. Pst! Passt gut auf, was ihr macht. Dies wird mein königlicher Luftthron. Jetzt gehört die Welt mir. Hahaha! Gott. Okay, ich glaube, das war doch nicht so schlecht, dass wir gerade gestorben sind. Demons ausrüstern, okay. Dann kann ich mir denken, dass Volksausrüstung genau da liegt, wo wir eben abgenäppelt sind. So, jetzt kann auch Demon wieder handeln. Boah, und dann noch so viel Schaden. Und dann noch ganze fünf Gegner, okay. Boah. 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 So, gehen wir jetzt erstmal zurück. Da ist noch eine Kiste. Das war ein Quit. Das war ein Quit. So, da haben wir unser Geld. So. Autsch. Du hast mal eine Aura für Spyros. Was? Boah, es hätte mich hoffentlich gleich mal kurz inurteilen können. Na gut, ich muss mit Techs zahlen. Das geht nicht anders. Aber eine Zwischenspeicherung ist gerade mal keine so schlechte Idee. So. So. Das war ein schöner Quit. As-2 war darauf. Das ist die Piste. Spiros Ausrüstung. Nice. So, muss ich die jetzt alle neu anlegen oder ist das automatisch equipped? Nö, das wurde automatisch equipped. Ja, jetzt sollte ich unbedingt eine Aufnahmepause machen. Das ist jetzt schon der vierte Part, den ich heute aufnehme. Okay, hier ist schon mal keine Truhe. Wo war denn jetzt die Truhe, wo ich eben abgekackt bin? Okay, jetzt habe ich die Technik gesehen. Dreier Kick. Was ist das denn? Ich glaube, die Truhe war es. Ah, hätten die Nachbarn nicht noch fünf Minuten draußen bleiben können? Okay, dann wäre sowieso der Part vorbei. Objekte. Okay, dann fehlt nur noch Frogs Ausrüstung. Und dann dürften wir soweit auch alles haben. Hm. Aber wenigstens kann man auch hier gut Tech-Points farmen. Hä, wo ziehst du denn hin? That's not a crit. Aber wo ist Frogs Ausrüstung? Oder habe ich irgendwas übersehen? Gehen wir am besten nochmal ganz runter. Hi. Okay. Okay, jetzt habe ich wenigstens die Sachen wieder, aber es fehlt mir nur noch Frogs Ausrüstung. Wo das wohl sein mag. Schauen wir jetzt nochmal alle Räume an hier. Was ist denn eigentlich damit? Was ist das? Was ist das? Okay, jetzt bin ich zumindest wieder am Speicherpunkt und zwischen Speichern wäre tatsächlich nicht schlecht. Aber ich glaube die Gegner bleiben aber auch Besitz, wenn ich vorhin gesehen habe. Was haben wir hier? Ich werde den Part jetzt nicht vorher beenden, bis ich weiß, wo Frogs seine Sachen hingebracht wurden. Was haben wir denn hier oben? Was haben wir denn hier oben? Was haben wir denn hier oben? Oh, ich bin schon wieder hier. Oh, ich bin schon wieder. Das war der Raum? Hier ist eine Truhe und die habe ich. Da ist ein Speicherpunkt. Hier ist nur ein Bot. Hier ist auch eine Truhe und die habe ich. Ich werde da jetzt nochmal alles durchschauen hier. Ich werde da jetzt nochmal alles durchschauen hier. Ich werde da oben. nicht. Luigi's Ausrüstung. Zurückgeerobert. Und zur Strafe töt' ich dich noch. So, tschüss. Doppeltech Eiswasser. Gletscher. So, jetzt suchen wir uns schnell einen Speicherpunkt und dann ist der Pad vorbei. Und dann müssen wir noch herausfinden, wie wir zu Dorten kommen. Die Kämpfe meide ich jetzt aber umgehend. So, hier ist perfekt. So, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.